Ihr könnt wieder das Arminia-Tor des Monats wählen. Wir haben die Vorschläge für den Monat September. Tor Nummer 1. Glenn Gutmann aus unserer U15 zum 1 zu 0 bei Rot-Weiß-Essen nach ganz toller Vorlage von seinem Teamkollegen Tom Dammrath. Tor Nummer 2. Masaya Okugawa aus unserer Profimannschaft. Nach einem Geistesblitz von Manuel Prietl kann unser Japaner Jan Sommer im zweiten Versuch zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 in Gladbach überwinden. Tor Nummer 3. Ben Rehhage aus unserer U13. Im Nachbarschaftsduell gegen den SC Paderborn setzt er den 2 zu 1 Siegtreffer per direktem Freistoß. Stürmt jetzt auf arminia.de für euren Gewinner.